Mo Leute, Trimax hier. Der Stream startet jetzt und wie ihr seht, habe ich euren Tipp beherzigt und trage jetzt Hemden, weil in T-Shirts kam ich nie rein. Direkt Hemden bestellt, hat mir auch im Urlaub gefallen, gewöhnt euch besser dran. Der Stream startet jetzt und bevor wir zum Programm kommen, nochmal hier jetzt ganz wichtig, am Samstag, am 10., also schon in 48 Stunden, starten wir die Hyped App mit Revi und Sascha zusammen, die werden auch hier sein. Wenn ihr vorab Zugriff haben wollt, abonniert die Instagram-Seite von Hyped, dann kriegt ihr 20 Uhr ist der offizielle Release, um 19 Uhr geht die Instagram-Seite privat und nur die, die folgen, kriegen den Code, dass sie schon vorher zocken können. App wird ja sowieso komplett kostenlos sein, testet das Ganze, es wird euch hundertprozentig total gefallen. Genau, da wisst ihr Bescheid. Wir starten jetzt mit Clash Royale, die Challenge ist da, ich werde Big Spin herausfordern in der 7-fach Elixier-Challenge, das wird auf jeden Fall ordentlich. Clash of Clans spielen wir, Top 500 wollen wir kommen und ordentlich reinpainen. Das ist der Plan, zusätzlich gibt es noch ein paar Reactions und was wir dann heute Nacht spielen, schauen wir dann spontan, auf jeden Fall ultra Bock zu streamen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich.